So, da bitte zu, da bitte zu, da bitte auf, da bitte auf, genau, da ein Skaffoling hin, ersetze Erde durch andere Erde, weil unsere Zwerge da ein bisschen bingelig sind, oder der komische Typ, der sie kontrolliert. Er setze vorne Erde, er setze vorne Erde, nicht Bau Erde, geh, 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 weg. Weg, 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 weg. So, da auch noch zu. Du weg. Ah, Schreinerbuch. Äh, da, Steinbrücke. Ganz viele Steinbrücken. Belagerung kommt in 10 Minuten, ist machbar. Schnee soll trotzdem weg, dafür kriegt ihr Portale. So. Andere Seite sieht genauso wüst aus, aber na gut. Die sollten mal weg, die Käfige, damit hier Bäume wachsen können. Essen ist okay. Betten müssen noch ersetzt werden. Die Skaffolings können weg. Die Uhr auf dem Bücherregal kann weg. Ferne Pendeluhr. Pritzel, pritzel. So, ersetze. Komische Säule mit Steinbrücke. Dazu, dazu. Wir brauchen Fackeln. Viele, viele. Oh, sind nicht gerade viele? Holz, Harz. Viele, viele Fackeln. Fackel, Fackel. Da muss erstmal Dörter ersetzt werden. Ersetze Erde. Ersetze Erde. Ersetze Erde. Ersetze vorne Erde. Ersetze Erde. Genau, ganz toll. Alles standardisieren. Wie sich das gehört. Achso. Nee. Das ist... Nee, der Trick dahinter muss erstmal weg. Ihr macht da schon Zwerge. Einfach, bei viele Befolgungen sind alles gut. Das da muss zu. Das da muss auch zu. Dreck. Bauen. Uh, Silber. Sehr schön. Das weg, das weg, das weg. Die Diamanten weg. Skaffuld, 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 Skaffuld. Oh, oh. So. So weit zu... Oh, weg. Das weg. Das weg. Da zu. Bauherde. Das müssen wir auch noch angehen. Also ja, es ist tierisch, tierisch, tierisch viel Arbeit. Aber das sollten wir nicht zu viel weiter machen. So, fünf Minuten, bis die nächste Welle kommt. Bis dahin hätte ich eigentlich ganz gerne noch ein paar Jattergarns. Dafür brauchen wir allerdings mehr Silber. Kohle haben wir jetzt ein bisschen was, aber auch nicht wirklich viel. Ah, hier ist nichts mehr. Ah doch, da ist noch eins. Zip, zip, zip. Das weg, das weg, das weg, das weg. Du wirst angegriffen von irgendwelchen... Oh, oh. Hier ziehst du dich immer wieder runterschubsen. Komm schon. Oh, nicht, nicht. Nein, so. Neuschnee weg. Das Zwergen, ärgster Feind. Neuschnee. Oh. Ups. Das können wieder Fehler verursachen. Weg, weg, weg. Ich würde gerne noch einen Wald setzen. Ah, hier können wir... Hier können wir nicht. Hier können wir einen Wald zauber schmeißen. Für die letzten zwei, drei Felder. Genau. Sehr gut. Tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock. Silber müsste fertig sein. Yatagan. Eins, zwei Stück Gold fehlt. Ah, Rohgold haben wir eine Menge. Kohle noch nicht mehr. So, wie schaut es hier unten aus? Das bitte bauen. Du kannst weg. Fackeln kann ich hin, weil kein Dirt da ist. Ja, okay. Das heißt... Ne. Da kann auch noch zu. Also nur der Mittelgang kriegt keine Rückwände. Warum auch immer. Hat sich halt so eingebürgert. Vorne setzen, vorne setzen, vorne setzen. Da kommt Dirtin, da kommt Dirtin, da kommt überall Dirtin. Also Rückwand. Ersetzererde, Ersetzererde, Ersetzererde. Hier können wir schon mal weiter runtergraben. Die können weg. Das hier oben kann wieder alles zu. Bauherrde, 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 Bauherrde. Oh, noch mehr Silber. Sehr schön. Stopp. Erstmal das da unten. So. Scaffold, Scaffold, Scaffold. Oh. Oh. Das hier hinten kann zu. 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 Weg. Weg. Da kommen Fackeln hin, Fackeln hin, Fackeln hin. Warum ist das? Oh. Total. Okay. Links von der Festung aus. Ich hoffe mal, die Jattergarn sind fertig. Ja, zwei Stück. Da. Da. Und irgendeinem hat noch einen Langbogen. Na, du nimmst gefälligst eine zwergenartige Waffe in die Hand. Auch wenn das eigentlich ein Hammer sein sollte. Aber meh. So. Auf sie. Gib ihm. Jungs. Es schreit keiner. Wir fahren hier mit dem Fahrstuhl hoch und runter. Ist viel toller. Genau. Stemmt euch der Flut entgegen. Zwei Zwergen. Drei, vier Zwergen. Zwergen. Sechs, sieben Zwergen. Hier noch drei. Lila. Ja, wir gewinnen Land. Wir gewinnen Land. Oh. Alle sind meine Heiltränke. Bleh. Heiltränke. Ja. Ich mache die Zauber ja nicht alle ganz gerne. Trink. Ja, langsam aber stetig. Kennen wir uns zum Portal durch. Trink. Trink, trink, trink. Trink. Kann schon. Trink du. Trink du. Trink du. Trink. Also ohne Drohung schaffen wir so Zwerge noch nicht. Was nicht ganz so schön ist, aber das kriegen wir noch hin. Wenn erstmal alle Jatagans oder Betriebe haben, dann passt das. Ich habe die Geschwindigkeit. Gleich level up. Trink. 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 Zwischendurch mal Knochen fett aufsammeln. Und sie fliehen. Boah, können die Zwerge laut sein. Diener töten. Trink. So. Krieg vorbei. Alles nach Hause und Schneeschippen. Genau. Prioritäten. Nach dem Kampf Schneeschippen. Vor dem Kampf. Schnee Schirm. Du. Brauch da eine Brücke. Da eine Brücke. Da eine Brücke. Das ist ja alles runter. Ja. Dich weg. Du weg. Du zu. Das geht da nicht. Da zu. Da ist schon zu, ne? Dann da zu. Dann da zu. Muss alles ersetzt werden. Aber nicht im Let's Play, denke ich. Das kann ich irgendwann mal auf Camera machen. Während wir darauf warten, dass die dritte Welt freigeschaltet wird. Dann kann ich den ganzen Kram hier nach und nach ersetzen. Die Höhlen zugänglicher machen und so weiter. Und dann zeige ich euch, bevor wir mit der nächsten Welt anfangen, was ich alles so gemacht habe in der Zeit. Also, was ist noch im Tech-Baum? Der goldene Helm, wo wir keine Gold-Baum mehr für haben? Doch. Gold und Stahl. Einen davon mehr brauchen wir nicht. Wir haben nämlich bessere Helme. Ein kleiner Kronleuchter. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Bonus, wenn man wirklich alles aus dem Tech-Tree freigeschaltet hat. Kronleuchter. Da hin. Wald. Schnee ist fast weg. Kriegt nochmal hier ein Portal für. Guck, guck. Tong, 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 tong. Sehr gut. Einfach reingeschnissen, jung. Goldener Helm. Auch einfach auf den Boden geschmissen. Da wird sich aber noch jemand freuen, weil wir haben noch recht viele mit dem Eisenhelm. Ausrüstung. Aus. Aus. Hallo. Ausrüstung. Was? Ausrüstung. Ah. Sehr komisch. Also du. Wie viel machst du? Acht. Wie viel machst du? Vier. Wie viel macht unser ganz toller Metrilhelm? Zehn. Äh. Du. Tada. Das sieht doch mal zwergisch aus. So. Fertig, fertig, fertig. Kronleuchter wird gebaut. Ein Springbrunnen. Steine. So. Springbrunnen. Zwei Stück. Schließen, schließen. Springbrunnen wird gebaut. Da. Kronleuchter. Braucht jeder Zwerg. Sieht komisch aus. Aber die zählen ja gar nicht mehr zur Festung. Die können ruhig hier irgendwo hin. Direkt über. Bett. Ja. Zum besseren Schlafen. So ein Kronleuchter im Gesicht. Das ist immer sehr beruhigend. Vor allem, wenn die sehr massiv sind. Ah, das war ein kleiner Kronleuchter. Gibt es noch einen großen Kronleuchter? Ne. Aquarium. Die Spitze des Tech Trees. Also in der Hinsicht gefiel mir der Sandbox-Modus echt besser. Vor allem, wenn man jetzt die Rezepte kennt und dann spielt. Dann sind es halt die Ressourcen, die fehlen. So, Aquarium. Bei den Betten überall nicht möglich. Ja, komm, der kann das hier oben in unsere komische Ecke. Da und da hin. Und Springbrunnen können ein Feld vor die Haustür. Da also hin. Aquarium. Wie viel fehlt noch? 262 Punkte fehlen noch. Das ist nicht viel. Und die sind echt schnell, die vier. Gleich übergeben die sich. Das sieht nicht gut aus mit dem Stuck dahinter. Ein Portal, bitte. Aufs Dach, auch wenn das gefährlich ist. Dann das weg, das weg, das weg. Macht nur den Stuck weg. Springt nicht. Ich wiederhole nicht. Danke. Wenigstens zwei haben wir noch nicht gehört. Leben niedrig. Wie kommt sowas bloß? So, mach die da weg. Das ist nur ein kleiner Druck. Der zählt nicht. Den da auch. Und level up. Ausrüsten. Aus, aus. Ausrüsten ist immer noch verpackt. Ausrüsten. So, du bekommst ein tolles Schwert. Das da. Das da. Das und das und das. sind wir fertig. Schnee weg. Und komm, misch dir jetzt die Goblins auf. Es wird langsam Zeit. Die machen hier schon viel zu lange Ärger. Und da. Und da. Und da. Gib ihm. Genau. Alle auf einmal. Schnitzel. Und da. Genau, trotz Todesangst noch töten. Weg, weg. Und übel und ängstlich und überhaupt töten sie weiter, kommt uns. So muss das sein. Lager, dafür geht auch rein zwei Heldrenkel. Äh, so. So, trink, 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 wo läufst du denn hin? Trink das Ding da. Und mach das da weg. Du auch weg und mach das da weg. So, was ist mit dem Getreide? Ich mach das Getreide weg. Komm, kann ich nicht. Du weg, du weg. Getreide weg. Will irgendwie keiner. Hm. War gar nicht so viel auf dem Boden. So, genau, du mach mal das da weg und guck, was mit dem Getreide passiert. Es verschwindet. Sehr gut. Das war ein sehr misslungenes Experiment. Stirb scharf. Bauer. Mach den Baum da einfach weg. Der müsste ja auch nicht runterspringen. Und wie zur Hölle hat sich der Schnee da reingeschlichen? Geh weg Schnee. Ah, Holz wird eingesaugt, damit es nicht verbaut wird. Baue Erde. Baue Erde verdammt. So. Schnecken müssen weg. Weg. So. Komm hier mal her. Skavulin. Da. So, hier oben bitte einmal. Döten. Döten. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Dann zumachen. Wenn wir wenigstens ein kleines Gebiet hier fertig haben. Dann Deckbaum. Rundes, bunt Glasfenster können wir nicht, weil rundes, bunt Glasfenster fehlt. So, so, so. Stein. Ich will unbedingt mehr Platz in die Stadt taufen. So. Hotkeyleiste haben. Ich glaube, damit würden sie ganz viele Leute glücklich machen. Mit so einer Kleinigkeit. Einfach die Hotkeyleiste vielleicht ein bisschen kleiner und dann dafür noch länger. Oder scrollbar. Mehrere Hotkeyleisten. Damit Shift und Alt ansprechbar ist. Kennt man doch. Ist man doch gewöhnt zu was. Das ist ja gar nicht noch weg. Ich habe nichts zu tun. Dann macht er mal das da tot. Und da Erde hin. Und da Bäume hin will er nicht. Dann das, 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 das. Alles weg. Einen ganzen doofen Korn drauf. Genau. Da haben wir dazu. Bau, 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 bau. Und da, das, 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 das war.